Ja, die Jugendarbeit hat einen enormen Wert im Bankkreis Thirschenreuth, denn die Jugend ist ja mehr oder minder der Zukunftspfeiler des Landkreises. Egal ob Pornale-Jugendarbeit, Kreisjugendring, Ausbildung von You Like Us, hier ist T1, Jugendaustausch, Kreisjugendtag, es gibt so viele verschiedene Einrichtungen für unsere Jugendlichen, um einmal sie zu einer sinnvollen Freizeitgeschaltung zu motivieren und auf der anderen Seite ihnen aber auch Hilfen, Stützen zu geben in der Lebensbewältigung, denn das Leben ist ja eine Herausforderung. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass sich die Jugendlichen mit der Region, mit ihrer Heimat, mit dem Landkreis identifizieren und dann es endlich auch hier zu bleiben.